Ich muss schon seit der Autotage... Warum hast du das? Ja, wo denn? Auf der Autobahn? Sieht doch dekorativ aus. Ich hab den Andreas jetzt gerade im Autotag... Ach so. Schau mal, das war jetzt voll auf die Autotage. Da gibt's, da gibt's Kumpel. Sehr cool. Ich weiß, ihr... Echt? Ja. Das ist ja... Da sind aber etliche bei, die es vergessen haben, dass heute die Feiertage ist. Die holen schon einen Einkauf zu fahren. Stimmt. Gestern ja, aber das ist Feiertage. Das ist normal. Ja. Ja. Nur 10. Ja. 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 Ja... Ja. 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 Ja, hast du dich einfach verwundert? Ich auch! Nicht nur du! Was war das denn? Ja, das ist bestimmt nicht lange die Filme, wenn wir da abflücken. Ja, bis Gucksafe derzeit. Ich gucke doch. Alle fertig? Ja, das ist so was Blödes, ja. Was hast du denn gesagt? War das? WDR mediagroup GmbH-Sie WDR mediagroup GmbH